Es war das zu erwartende Ergebnis im Berliner Hockey-Derby. Die Spitzenreiter des BHC schlugen den TC Blau-Weiß mit 8 zu 2 und sind damit auch weiterhin ungeschlagen. Die Gastgeber verkauften sich zwar wirklich gut, ein altbekanntes Problem machte den Grunewaldern jedoch auch hier wieder zu schaffen. Wir haben wieder die Tore nicht geschossen. Uns fehlen einfach immer noch die Tore. Aber man sagt ja auch, junge Teams, junger Trainer, das ist immer dasselbe Problem. Da müssen wir weiter dran arbeiten. Gerade am Samstag im wichtigen Derby hatte Blau-Weiß mit Verletzungsproblemen zu kämpfen. Kapitän Paul Koch konnte nach einer Verletzung im letzten Spiel nicht antreten und auch Stürmer Jakob Eggers, der im Hinspiel gegen den BHC noch ganze viermal traf, musste wegen einer Knieverletzung pausieren. Nachdem es in den ersten zwölf Spielminuten noch nichts Zählbares zu sehen gab, brachte Paul Dösch den BHC nach einer Ecke schließlich in Führung. Wenig später gab es kurz Aufregung, gefolgt von Jubel bei Blau-Weiß. Nikolaj Dombrovski kam zu Fall, sieben Meter für die Gastgeber. Torwart Moritz Kentmann witterte jedoch die Ecke und verhinderte den Ausgleich für Blau-Weiß. Und quasi postwendend erzielten die Gäste im Anschluss dann sogar noch das 2 zu 0. Den Patzer vom 7-Meter-Punkt machte Moritz Kielitz in der 25. Spielminute mit dieser starken Einzelleistung wieder wett. Der Anschlusstreffer war allerdings nicht von langer Dauer, nur kurze Zeit später stand Louis Gill nach einem Ballgewinn goldrichtig und baute die Führung wieder aus. Für ihn und Paul Dösch war es ein Wiedersehen mit alten Kameraden. Beide wechselten nach Jahren bei Blau-Weiß im letzten Jahr zum BHC. Der Derby gegen Blau-Weiß gespielt ist mein alter Verein. Ich war neun Jahre bei Blau-Weiß ein Teil des Teams. Es ist immer ein bisschen komisch gegen die alten Freunde und Kameraden zu spielen, mit denen man so lange auf dem Platz stand. Trotz aller Sympathien wurde sich auf dem Spielfeld aber natürlich nichts geschenkt. So war es auch Paul Dösch, der in der 34. Spielminute routiniert vom 7-Meter-Punkt traf. Nachdem der BHC mittlerweile mit 5 zu 1 führte, meldete sich auch Blau-Weiß noch einmal zurück. Wieder war es Moritz Kielitz, diesmal nach einer Ecke zum 2 zu 5. Die große Aufholjagd wie beim 7 zu 7 im Hinspiel blieb am Samstag jedoch aus. Das Team vom BHC war einfach abgeklärter und sicherte sich am Samstag die vollen drei Punkte. Der Endstand war mit 2 zu 8 dann doch eindeutig, was der BHC auch seiner starken Chancenverwertung zu verdanken hat. Und dann hinten raus in der zweiten Halbzeit macht das BHC auch gut. Die nutzen ihre Chancen, wir nicht. Das war das Problem. Und im Großen und Ganzen sind wir aber trotzdem zufrieden, wie wir uns wieder verkauft haben. Dass es am Ende dann 8 zu 2 ausgeht, finde ich deutlich zu hoch. Wir machen am Ende noch viele Tore. Blau-Weiß nutzt ihre Chancen nicht, aber spielen sich super viel raus. Also ich war sehr überrascht von der Leistung. Für alle Blau-Weiß-Fans gibt es nun noch einmal richtig gute Nachrichten. Soeben haben die Berliner das Abstiegsderby beim Osternienburger HC glasklar mit 11 zu 4 gewonnen und damit den vorzeitigen Klassenerhalt festgemacht. ... ... ... ... ... ... Bis zum nächsten Mal.